Moin, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Etwas, das in meiner persönlichen Bucketlist sehr weit oben steht, ich aber bisher noch nicht abhaken konnte, ist das Sehen von Polarlichtern. Und ich würde es sicherlich dann auch fotografieren. Aktuell habe ich es nämlich nicht in meiner eigenen Fotodatenbank und deswegen muss ich mir da anders behelfen. Und ich habe einen Weg entwickelt, wie man Polarlichter recht einfach in Photoshop erstellen kann, mit einigen Schritten. Und das will ich euch jetzt im Video zeigen. Wenn ihr Interesse an der PSD habt und an anderen Tutorials und Downloads, dann schaut gerne mal auf Fotobooster vorbei. Da werde ich unter anderem diese PSD auch zum Download bereitstellen. Alles klar, dann viel Spaß mit dem Tutorial. Okay, dann werden wir nochmal versuchen, hier in dieses Bild ein paar Polarlichter einzubauen. Natürlich brauchen wir erst einmal eine Nachtszene, die habe ich auch schon vorbereitet. Deswegen lege ich einmal das Originalbild hier ganz nach unten. Also das ist das gleiche Bild. Ich habe es hier einmal gespiegelt, dann habe ich den Himmel rausgenommen, habe hier einen Verlauf hintergelegt und hier ein paar Sterne noch dazu gepackt. Das ist eine Pinselspitze, die gibt es auch in meinem Pinselspitzenpaket übrigens. Ja, das wäre es eigentlich auch schon. Dann habe ich das Ganze noch ein bisschen abgedunkelt hier, damit die Polarlichter, die wir einbauen, noch ein bisschen besser rauskommen vor dem dunkleren Himmel. Und dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Ich erstelle erstmal eine neue Ebene und werde jetzt einen Verlauf erstellen. Und zwar keinen normalen Verlauf, sondern ich würde einen Verlauf vom Typ Rauschen erstellen. Ich habe hier auch schon einen vorbereitet. Ihr könnt hier meine ganzen Einstellungen sehen. Ihr könnt es einfach auf Pause machen, dann könnt ihr den Verlauf genauso einstellen, wie ich das hier habe. Und dann könnt ihr den auch über Neu hier, also wenn ihr den Button dann klickt, nachdem ihr alles eingestellt habt, könnt ihr den auch speichern, um den dann später wieder zu verwenden. So, ich werde jetzt diesen Verlauf nehmen. Ich habe hier den linearen Verlauf gewählt und würde jetzt einfach einmal von links nach rechts beigerückter Umschalttaste eine Linie hier aufziehen mit dem Verlaufswerkzeug. So, und dann bekomme ich hier ganz viele unterschiedliche Farben, die alle so abgetrennt sind. Und übrigens, warum mache ich das jetzt eigentlich? Denn eine Sache habe ich gerade noch vergessen, euch zu zeigen. Warum brauchen wir so etwas? Denn natürlich macht es Sinn, bevor man anfängt, sich Polarlichter auch mal anzuschauen, also Fotos von Polarlichtern. Und ich habe mir jetzt hier ein Foto rausgepickt und das ist dieses hier, was ich so ein bisschen als Vorlage verwenden möchte. Und hier sieht man, dass wir überall, ja, so eine Art Streifen hier haben, kann man fast sagen. Also viele Unterteilungen mit verschiedenen Helligkeiten hier innerhalb dieser Polarlichter. Unten haben wir eben so einen sehr stark gefärbten und relativ dichten Strang. Und nach oben hin läuft es in so, ja, in so Linien aus. Und das möchte ich versuchen und das sollen jetzt diese Linien sein, die wir erstellt haben, zumindest die Grundlage davon. Und ja, wie gesagt, als Empfehlung, schaut euch auf jeden Fall vorher einige echte Polarlichter an. Wenn ich jetzt ein anderes Bild genommen hätte, wäre ich vielleicht auch mit einer anderen Technik rangegangen. Aber wenn ihr so ein Polarlicht erstellen wollt, was ich euch gerade gezeigt habe, dann funktioniert diese Technik, die ich euch jetzt zeige, ganz gut. So, ich gehe mal jetzt von normal auf farbig abwählen. Dann haben wir hier schon mal eine gewisse Durchlässigkeit und das Ganze wird auch noch ein bisschen aufgehellt. Jetzt würde ich das schon mal ganz grob in Form bringen. Strg-T würde ich einmal drücken. Dann mache ich ein Rechtsklick und gehe auf Perspektivisch. Ziehe das Ganze jetzt hier auf dieser linken Seite so ein bisschen zusammen, damit wir da eine Perspektive reinbekommen. Dadurch werden dann auch die ganzen, ja, diese ganzen Unterteilungen der Farben werden hier enger und werden hier ein bisschen breiter. Also das entspricht dann etwas mehr der Realität. Jetzt mache ich nochmal ein Rechtsklick, gehe auf Neigen. Würde das vielleicht noch hier ein bisschen nach unten neigen. Und hier würde ich es eher nach oben neigen, vielleicht ungefähr so, sodass wir hier einen Strang bekommen, der hier so vom Horizont ungefähr ausgeht und dann hier nach oben läuft und nach dahin eben auch immer größer wird. Wir können es auch noch ein bisschen über Perspektive hier zusammenziehen. Denkt dran, macht das am besten von den ganzen Verzerrungen, Perspektivenverzerrungen jetzt alles in einem Schritt fertig. Denn wenn ihr das Ganze einmal bestätigt, ich würde das jetzt einmal machen, denn ich bin jetzt so zufrieden, dann könnt ihr das Ganze nicht mehr so schön bearbeiten. Also wenn ich jetzt wieder in den Bereich, in den Transformieren Bereich gehe mit STRG T, dann sehen wir, jetzt sind die Anfasse hier ganz oben und sind nicht mehr hier direkt an dem Objekt. Deswegen am besten in einem Schwung alles machen. So, ich würde die Fläche hier mal ein bisschen runternehmen, das ist mir ein bisschen zu hell, vielleicht so. Und jetzt brauchen wir natürlich eine Form, die so ein bisschen wellenartiger ist. Wir können hier auch nochmal auf das Original raufschauen. Wir sehen, hier haben wir auch so eine Wellenform, ja so ein bisschen eine Wolkenform und das werden wir jetzt erstellen. Dafür würde ich jetzt das Fahrtwerkzeug nehmen und hier den unteren Bereich, ja unseres Polarlichtes, unserer Grundform hier einmal wegschneiden. Und dafür würde ich hier hinten anfangen, hier würde ich eben eher kleinere Wellen machen und die werden dann hier immer größer, je näher ich hier auf die linke Seite komme. So, und gehen wir mal hier lang. Also ich ziehe jetzt einfach mit dem Fahrtwerkzeug hier solche Wellen auf. So ungefähr. Jetzt schließe ich das Ganze hier wieder an. Mach einen Rechtsklick, Auswahl erstellen, klick OK. Bei mir ist es jetzt immer so, dass der nicht den Bereich auswählt, den ich gerade hier angewählt habe mit dem Fahrtwerkzeug. Deswegen muss ich jetzt die Auswahl noch einmal umkehren. Man sieht es hier, dass bei mir diese Auswahlkanten einmal komplett um das Bild hier gehen. Steuerung, Umschalt und I ist dafür das Shortcut. Und dann habe ich jetzt hier auch wirklich die Auswahlkanten nur um den Bereich, wo hier mein Polarlicht sein soll. Jetzt halte ich die Alltasse gerückt und klick auf die Ebenenmaske. Dann wird hier der untere Bereich abgeschnitten. Ich kann jetzt auch dieses Polarlicht einmal nach unten schieben. Dann ist es hier auch hinter dem Berg. Vielleicht würde ich es nochmal mit einem Rechtsklick, also Steuerung T und dann würde ich nochmal mit einem Rechtsklick auf Neigen gehen. Das vielleicht noch ein bisschen hochschieben hier auf der Seite, damit es hier so ein bisschen über dem Berg hochkommt. Gut, jetzt können wir die Kante mal ein bisschen weicher machen, denn die ist hier unten natürlich noch viel zu hart. Deswegen gehe ich einmal auf Filter, Weichzeichnungsfilter, Gauscher Weichzeichner und würde jetzt die Kante hier unten ein wenig weicher gestalten. Ich schaue mal, was sich da anbietet. Ja, so 29 Pixel finde ich ganz gut für die untere Kante. So, oben müssen wir jetzt auch noch eine Kante rein kriegen und das würde ich einfach per Hand machen. Dafür nehme ich jetzt hier einfach ein Pinselwerkzeug mit schwarzer Farbe. Ich bin hier auf der Maske und würde jetzt hier mit 100% Fluss hier oben das Ganze wegnehmen. Und dann mache ich meinen Pinsel immer etwas kleiner, je weiter ich hier in Richtung des Horizontes komme. Und ich versuche auch hier jetzt so ein bisschen eine Wellenform reinzubringen. Ich mache wieder den Pinsel etwas kleiner. So, ich werde das gleich noch ein bisschen weiter nachbearbeiten. Aber erst einmal sieht das so ganz gut für mich aus. So, hier noch diese Wellenform so ein bisschen reinbringen. Achtet darauf, dass ihr nicht diese harte Kante oben seht. Ihr könnt mit weißer Farbe natürlich immer wieder etwas hinzufügen, wenn ihr euch vermalt habt. Und jetzt würde ich nochmal mit weniger Fluss hier nochmal einige Bereiche etwas transparenter gestalten. Natürlich mit schwarzer Farbe. Wie ihr seht, wir kommen der Sache langsam näher. Damit wir jetzt hier noch etwas mehr Kontraste reinbekommen und hier das Ganze nicht so extrem grün ist, sondern dass da vielleicht auch noch ein paar mehr Transparenzen drin sind, können wir auch natürlich die Farben hier insgesamt so ein bisschen bearbeiten. Dafür würde ich jetzt hier nochmal erst ein bisschen was wegnehmen und dann würde ich gleich nochmal eine Tonwertkorrektur hier ansetzen. So, hier oben soll es schön weich auslaufen. Langsam kommen wir hier in einen Bereich, der für mich ganz gut aussieht. Hier muss ich natürlich den Pinsel wieder kleiner machen. Also das soll schön weich auslaufen nach oben. Ja, das sieht gut aus soweit. So, jetzt würde ich einmal hier drüber eine Tonwertkorrektur setzen. Also ich gehe hier über das Symbol mit dem geteilten Kreis, nehme die Tonwertkorrektur, klicke hier einmal auf das Symbol für die Schnittmaske und würde jetzt hier einfach mal das Ganze ein bisschen abdunkeln. So sehen wir hier, wenn wir hier die Mitteltöne abdunkeln, dass hier auch noch ein paar mehr Löcher sozusagen erscheinen. Und ja, das sieht erstmal gut aus für mich. Vielleicht mache ich da später noch ein bisschen mehr. Jetzt würde ich das Ganze gerne noch ein bisschen umfärben, denn das Ganze ist natürlich viel zu bunt. Deswegen hole ich mir noch eine Einstellungsebene, diesmal Farbton-Sättigung, gehe hier auf Färben, natürlich auch mit der Schnittmaske und dann färbe ich das Ganze so ein bisschen grünlich ein. So ähnlich wie das auf dem Foto aussah, vielleicht so. Und damit wir so ein paar Farbunterschiede bekommen, können wir einfach die Deckkraft ein bisschen runternehmen. Dann haben wir so etwas hier. Okay, vielleicht würde ich hier oben noch ein bisschen was entfernen. Hier sieht es fast so aus, das könnte man die Kante noch sehen. Hier vielleicht auch noch teilweise ein bisschen was weg. Ich male jetzt hier mit 70% plus, also dadurch kann ich sehr schöne weiche Übergänge schaffen. Okay, dann brauchen wir hier im unteren Bereich noch eine etwas dichtere Struktur, so wie es auf dem Foto war. Denn wir sehen ja, hier unten ist es sehr viel dichter und dann wird es oben sehr viel dünner und man sieht nur noch einige dieser Linien. Die Farbe geht auch so ein bisschen raus, das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Könnte man natürlich, aber ich möchte auf jeden Fall noch diesen dickeren Strich, der weiter unten liegt. Dafür stelle ich einfach hier oben eine neue Ebene, würde die auch per Schnittmaske verankern. Dann dafür einfach die Alt-Taste gedrückt halten und hier den Cursor zwischen die Ebenen bewegen. Dann können wir auch diese Ebene hier als Schnittmaske einrücken. Jetzt würde ich mir eine Farbe aufnehmen. Dafür können wir die Pipette nehmen. Ich habe das hier auf alle Ebenen eingestellt und klicke jetzt hier einmal. Ihr könnt übrigens auch in die Pipette kommen, wenn ihr im Pinselwerkzeug seid und dann auf die Alt-Taste klickt. Und da würde ich jetzt einfach hier unten den unteren Bereich anmalen. So. Das sieht jetzt hier so ein bisschen zyrenfarben oder türkis aus, finde ich aber gar nicht so schlimm. So, den unteren Bereich, den malen wir an. Dadurch können wir auch hier unten noch einige Löcher, die hier aufgetreten sind, schließen. Hier mache ich den Pinsel wieder etwas kleiner. So. Hinten ist es ein bisschen grüner. Hier in dem Bereich ist es etwas türkiser. Und ich würde auch noch hier vielleicht einige Striche nach oben ziehen, so ein bisschen, damit diese Farbe noch so ein bisschen nach oben läuft. Und ja, sieht doch schon ganz gut aus. Vielleicht gehe ich hier mit der Fläche so ein ganz bisschen runter. Und was wir auch natürlich immer machen können, um unser Ergebnis noch etwas zu verbessern, wir können einfach hier in die Mischen-Wenn-Regler reingehen, also in den Ebenen-Stil-Dialog. Einfach ein Rechtsklick auf die Ebene und dann hier auf Fülloptionen gehen. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir hier ein bisschen was aus der Ebene ausblenden. Wenn wir hier zum Beispiel die darunterliegende Ebene hier so ein paar Sachen ausblenden, dann kriegen wir hier noch so ein paar Aussparungen drin. Und wenn wir das jetzt noch ein bisschen weich machen, vielleicht gehen wir ein bisschen zurück. Einfach damit das nicht so gleichmäßig aussieht. Ich gehe mal hier ganz zurück. Und wenn ihr diesen Regler hier auftrennen wollt, einfach die Alltaste gedrückt halten, dann könnt ihr das machen. So. Vielleicht gucken. Ich würde jetzt auch hier einfach nochmal gucken, was passiert, wenn ich die anderen Regler bewege. Dann nehmen wir hier auch noch ein ganz bisschen was weg. Also Alltaste gedrückt halten, um das Ganze hier ein bisschen abzuschwächen. So. Und das Ganze würde ich hier auch nochmal machen. Also bei der Grundebene für unser Polarlicht. Gucken, wie das aussieht, wenn wir hier was wegnehmen. Da muss ein bisschen vorsichtig sein. Da sieht nicht so gut aus. Das hier könnte noch ganz gut aussehen. Wenn wir da was wegnehmen, dann kriegen wir hier, ja, das sieht gut aus. So eine, werden die ganzen Linien hier noch so ein bisschen aufgetrennt. So. Vielleicht würde ich das bei dem hier oben noch ein bisschen zurücknehmen. Das stört mich doch, dass das hier teilweise so sehr hier komplett durchläuft durch diesen dickeren Strich. Da möchte ich das nur so ein bisschen andeuten. So. Ja, sieht doch schon ziemlich gut aus. Was mir auch noch aufgefallen ist, ich schaue noch einmal auf das Bild, ist, dass diese ganzen Linien hier natürlich nicht gerade nach oben gehen, sondern dass die so ein bisschen, ja, wie perspektivisch verzerrt sind. Und so etwas möchte ich auch jetzt nochmal hier mit reinbringen. Also, ich würde einmal alles hier nehmen, alle vier Ebenen, die wir hier haben, markieren, Strgung T und dann gehen wir hier auf perspektivisch und dann ziehe ich das Ganze hier oben so ein bisschen zusammen. Wir müssen das Ganze gleich nochmal ein bisschen verzerren, damit es wieder hier über unser Bild passt. Hätte man auch vorher machen können, aber wir machen es halt jetzt. So, jetzt verzerre ich das nochmal, dass es hier wieder passt. Dann kriegen wir so ein bisschen diese, ja, diese Schrägstellung da rein. So. Dann nochmal hier über das ganze Bild verzerren, damit das hier wieder passt. Gut, das sieht doch schon ziemlich gut aus. Ich würde jetzt hier noch einige Bereiche ein bisschen abschwächen, denn das sind eigentlich ein paar zu viele von diesen Strichen, die hier nach oben gehen. Deswegen einfach hier auf der Maske nochmal ein bisschen arbeiten und einige Transparenzen hier vielleicht reinbringen, damit das Ganze hier ein bisschen abgeschwächt wird. Wir können natürlich jetzt hier nochmal mit der Tonwertkorrektur rumspielen und gucken, was passiert, wenn wir hier so ein bisschen die Regler bewegen. Das sieht für mich auch ziemlich gut aus, wenn ich den hier noch ein bisschen bewege. Also, so kann man wirklich diese Polarlichter hier sehr schön beeinflussen. Ich würde jetzt hier nochmal an einigen Stellen das ein bisschen wegnehmen, weil das doch auch sehr gleichmäßig so aussieht von der Höhe. Da nehme ich nochmal hier einiges weg. Ja, wir kommen der Sache schon sehr nahe jetzt. Ich gucke nochmal, wie das aussieht, wenn ich hier mit der Fläche ein bisschen runtergehe. Dann wird das Ganze ein bisschen grüner. Ja, ich würde sagen, das sieht ziemlich gut aus. Ich schaue nochmal, was passiert, wenn wir hier der Farbton-Sättigungsebene ein bisschen runtergehen. Dann wird es wieder ein bisschen bunter. Also, versucht da mit den verschiedenen Ebenen, mit den verschiedenen Deckkräften ein bisschen rumzuspielen, der Ebenen und versucht auch mal, ja, die Einstellungen zu ändern. Schaut, was passiert. Hier ändert sich natürlich die Farbe auch so ein bisschen, aber ihr seht, es ändern sich auch nochmal diese Striche, die hier nach oben weggehen, so ein bisschen. Ich würde es einfach so jetzt lassen. Würde jetzt ganz gerne noch eine zweite Ebene haben, wobei ich möchte hier nochmal so ein bisschen was malen. Da würde ich nochmal eine Farbe aufnehmen und hier unten nochmal diesen Strich verstärken. So, hier gehen mir auch wieder diese Linien so ein bisschen zu sehr unten durch. Deswegen würde ich da nochmal ein bisschen das zurücknehmen. Soll hier wirklich nur so angedeutet sein. Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Ich glaube, ich wollte noch ein zweites Polarlicht haben. Dafür würde ich einfach das erste einmal duplizieren und ich drücke STRG, während ich hier die ganzen Ebenen einmal markiert habe. Dann kann ich die in eine Gruppe stecken und dann drücke ich die Alt-Taste, ziehe die Gruppe einmal nach unten. Jetzt wird das Ganze hier natürlich verstärkt, weil es übereinander liegt. Und jetzt würde ich einfach auf Verzerren gehen und mir hier ein zweites Polarlicht einbauen, was hier so ein bisschen so vielleicht verläuft. Schauen wir mal, wie das... Vielleicht geht das hier so ein bisschen steiler nach oben. Machen wir das so vielleicht. Jetzt sollte sich das noch ein bisschen mehr überschneiden. Ich gehe nochmal auf Verzerren und versuche hier nochmal eine andere Form so ein bisschen reinzubekommen. Ziehe das noch ein bisschen mehr nach oben. Vielleicht so, dass das hier zumindest so einen leichten Anschluss hat an das andere Polarlicht. Das sieht doch ganz schick aus. Und wir könnten natürlich das zweite Licht jetzt so ein bisschen anders aussehen lassen, indem wir einfach hier wieder ein bisschen mit den Reglern rumspielen. Dass wir hier vielleicht sagen, wir wollen hier noch weniger von diesen Strichen nach oben sehen. Und vielleicht so. Das sieht jetzt erstmal als Grundlage ziemlich gut aus, würde ich sagen. Aber wir brauchen noch so ein bisschen mehr Dunst in der Luft, so ein bisschen mehr... Ja, aktuell sieht es ein bisschen aufgesetzt aus, finde ich. Deswegen erstelle ich nochmal eine neue Ebene. Und jetzt würde ich einfach mal relativ wild hier drauf rummalen. Ich nehme hier eine Farbe auf und male jetzt hier einfach mal mit 17% Fluss, ist okay. Vielleicht eher ein bisschen weniger, eher unter 10%. Male jetzt hier einfach so ein paar Mal drüber. Vielleicht male ich hier am Horizont mal ein bisschen Licht rein, hinter die Berge, so. Dass das hier so ein bisschen mehr dieses Leuchten annimmt. Und ich möchte jetzt hier, dass das insgesamt einfach so ein bisschen dunstig aussieht. Und deswegen male ich jetzt auch mit diesem Pinsel, also ich habe einen weichen Pinsel, einfach relativ grob drüber. mache ich irgendwie Striche rein, sowas. Und jetzt gehe ich auf Filter, Weichzeichnungsfilter und versuche es mal mit der Bewegungsunschärfe erst einmal. Dann werden hier diese ganzen Striche, die ich gemacht habe, schon so ein bisschen in die Länge gezogen. Dann gehe ich nochmal auf den Gauschen Weichzeichner. Ziehe das Ganze hier nochmal. Ja, so mit 30,4 Pixel, ein bisschen mehr ins Weiche rein. Und dann kommen wir doch langsam in einen Bereich, wo das Ganze hier realistisch aussieht, würde ich sagen. Ich gehe jetzt nochmal auf das Radiergummi, nehme hier ein bisschen was weg an einigen Stellen. So. Okay, noch ein paar kleine Korrekturen. Vielleicht hier an dieser Ebene, also an diesem dickeren Strich von dem ersten Polarlicht, da würde ich vielleicht hier noch ein bisschen was wegnehmen. Das ist mir hier so ein bisschen zu dick. Und hier vielleicht ein bisschen ein bisschen was wegnehmen. Und dann gehe ich noch einmal auf die Dunstebene und baue nochmal hier unten so ein bisschen mehr Dunst teilweise rein, damit das hier so ein bisschen mehr mit dem Himmel sich vereinigt. Vielleicht nehme ich hier nochmal so ein Grün, mache das hier nochmal so ein bisschen drüber. Ja, okay. Für mich sieht das gut aus. Dann würde ich sagen, erstelle ich jetzt nochmal eine Spiegelung, denn aktuell spiegelt sich ja hier nichts auf dem See. Das mache ich jetzt sehr schnell und einfach. Ich würde einfach alle Ebenen, die ich habe, einmal duplizieren und auf eine Ebene zusammenfügen. Das geht mit STRG, ALT, Umschalt und E. Dann habe ich jetzt hier alles einmal auf einer Ebene. Drücke STRG, T, mache hier einmal einen Rechtsklick, gehe auf Vertikal spiegeln. Hier einfach mal das Ganze ein bisschen von der Deckkraft verringern und dann schaue ich mal, dass ich hier die Spiegelung von dem Berg richtig ansetze, von dem Großen ungefähr so. Dann würde ich natürlich den ganzen oberen Bereich hier einmal wegnehmen. Dafür ziehe ich da einfach eine Auswahl auf, hier bis zur Wasserkante ungefähr, halt die Altersgerückt, klicke hier auf die Ebenenmaske und jetzt können wir hier die Deckkraft wieder auf 100% bringen. Das sieht auch ganz cool aus, aber das ist eigentlich nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte jetzt nochmal wieder in die Fülloption reingehen und hier einige Bereiche ausblenden. Alles, was dunkel ist, in den Ebenen darunter, möchte ich ausblenden. Dadurch kommt hier die Landschaft zurück und ich möchte, dass das hier nur auf dem Wasser bleibt. So, also ich ziehe es bis hier, dann trenne ich es auf bei gedrückter Alt-Taste und dann kriegen wir hier die Spiegelung auf dem Wasser. Wir kriegen auch noch hier so ein paar Farbreflektionen. Finde ich erstmal gar nicht so schlecht. So, dann würde ich das Ganze nochmal ein bisschen weichzeichnen. Vielleicht machen wir vorher ein Smart-Objekt daraus. Jetzt müssen wir anscheinend das Ganze nochmal machen. Das war mir nicht bewusst. So, also bis hier ziehen, dann ungefähr so und dann können wir über Filter gehen, Weichzeichnungsfilter, Gauscher Weichzeichner und zeichnen jetzt das Ganze hier nochmal so ein bisschen weich, damit wir hier diese Spiegelung auf dem Wasser bekommen. Das sieht auch sehr schick aus und ich würde sagen, vielleicht nehmen wir das Ganze nochmal ein bisschen weg hier vorne in diesem Bereich. Da darf es vielleicht so ein bisschen grün sein, einigen Stellen, aber nicht so stark. Ja, da würde ich sagen, haben wir doch ziemlich coole Polarlichter erstellt. Wenn ihr das Ganze noch knackiger haben wollt, noch mehr Kontrast, noch nächtlicher haben wollt, dann einfach noch eine Tonwertkorrektur drüber und dann gehen wir hier in den Modus Weiches Licht. Da kriegen wir nochmal einen richtig krassen Kontrast rein. Vielleicht ziehe ich die Tiefen hier nochmal ein bisschen hoch, damit es nicht ganz so dunkel wird. Und dann ist das Bild fertig. Ich werde diese PSD bereitstellen auf fotobooster.de für alle Leute mit Premium Abo. Dann könnt ihr das auch nochmal nachvollziehen. Ihr könnt auch alle Sachen, die ihr in dieser PSD findet, verwenden für eure kommerziellen Projekte. Also ihr könnt euch gerne die Polarlichter rausnehmen, auf eure Bilder packen. Ihr könnt das Hintergrund verwenden, für was ihr möchtet, kommerziell. Und da würde ich sagen, euch noch eine schöne Woche und macht's gut. Bis dann. Ciao.